Nicola Furlong wurde am 17. Dezember 1990 geboren. Sie hatte noch zwei kleine Schwestern, denen sie sehr nahe stand. Nicola wuchs in Waxford, Irland auf und wurde von ihrer liebevollen Familie als warme, großzügige und bezaubernde Person, die immer Zeit für ihre Familie und andere Menschen hatte beschrieben. Sie war eine typische junge Frau, die Mode und die Farbe Rosa liebte. Besonders geliebt hat sie ihren langjährigen Freund Danny, der sie wie eine Prinzessin behandelt hat. Nach ihrem Schulabschluss schrieb sich Nicola an der Dublin City Universität ein, wo sie Wirtschaft und Japanisch studierte. Als sich die Möglichkeit ergab, ihr Studium im Ausland fortzusetzen, schlug ihr Vater vor, nach Japan zu gehen, da ihr der Kurs so viel Spaß gemacht hatte. Und im Jahr 2011, im Alter von 21 Jahren, zog Nicola dann auch nach Japan, um im Rahmen eines Austauschprogramms zu studieren. Es war eine einmalige Gelegenheit und sie musste sie einfach ergreifen, auch wenn es bedeutete, ein ganzes Jahr lang von ihren Freunden, ihrer Familie und ihrem Freund getrennt zu sein. Am Anfang hatte sie etwas Mühe, sich in Japan zurechtzufinden. Die Gegend, in der sie lebte, liegt am Stadtrand, was bedeutet, dass sie traditioneller ist und weniger Menschen in Englisch sprechen. Darüber hinaus wurde die Erfahrung, die sie in Japan machen konnte, durch die Zeit, in der sie ihre Familie vermisste, getrübt. Sie freute sich sehr darauf, ihr Austauschjahr zu beenden und wieder nach Hause zu reisen. Im Mai 2012 war Nicola nur noch ein paar Monate von ihrer Rückkehr nach Irland entfernt. Damit die Zeit schneller verging, beschäftigte sie sich viel. Mit einer Freundin plante sie, ein Konzert in Tokio zu besuchen. Die Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug würde etwa zwei Stunden dauern. Der Plan war, das Konzert zu besuchen und dann den Rest des Abends in der Stadt zu verbringen und durch die Bars zu ziehen. Am nächsten Morgen wollten sie dann den ersten Zug zurücknehmen. Am 23. Mai 2012 machten sich Nicola und ihre Freundin auf den Weg in die Stadt. Sie sahen sich dann das Konzert an und hatten viel Spaß, bevor sie zum Bahnhof zurückgehen wollten. Eigentlich wollten sie ausgehen und sich in Bars vergnügen, aber sie wussten nicht so recht, wohin sie zuerst gehen sollten. Während sie sich dann den Stadtplan ansahen und Pläne machten, wurden sie von zwei amerikanischen Männern, den 19-jährigen Richard Hinz und dem 23-jährigen James Jamery Blackstone angesprochen. Die Männer erklärten den Damen, dass sie aus den USA nach Japan gekommen seien. Richard stammte aus Memphis, Tennessee und arbeitete dort als professioneller Musiker, während James aus Los Angeles kam und in Japan als professioneller Tänzer auf Tournee war. Da sie mit dem Nachtleben in der Stadt vertraut waren, boten sie den beiden jungen Frauen an, sie durch die Bars zu führen, die die ganze Nacht geöffnet haben. Nicola und ihre Freundin hielten sie für freundlich und stimmten daher auch zu. Auf den Weg dorthin teilten Richard und James den beiden mit, dass sie zwei Zimmer im Keio Plaza Hotel gebucht und bezahlt hätten und sie in einem der Zimmer übernachten könnten, wenn sie wollten. Nicola und ihre Freundin lehnten aber ab und sagten, dass es ihnen nicht ausmachen würde, aufzubleiben und am nächsten Morgen den Zug zurückzunehmen. Als sie in Shibuya eintrafen, beschlossen sie, die Scramble Bar zu besuchen. Nicola und ihre Freundin bezahlten die erste Runde der Getränke. Richard und James kauften die zweite Runde. Nicolas Freundin berichtete später, dass das Getränk bei ihr anders wirkte als sonst. In der einen Minute saß sie noch da und genoss die Drinks und die Unterhaltung und in der nächsten wurde ihr schwarz vor Augen. Es sollte Stunden dauern, bis sie das Bewusstsein und die volle Kontrolle über ihre Selbstständigkeit wiedererlangte. Kurz vor ein Uhr nachts zeigten die Überwachungsaufnahmen eines Taxis, wie die beiden Männer die beiden Frauen auf den Rücksitz des Wagens setzten, bevor sie einstiegen und dem Fahrer sagten, er solle sie zum Keio Plaza Hotel bringen, etwa 10 bis 15 Minuten Fahrt entfernt. Als sie am Hotel ankamen, sahen die Männer, dass Nicola und ihre Freundin Mühe hatten, aus dem Taxi auszusteigen und zu laufen. Sie fragten daher im Hotel nach zwei Rollstühlen, um den beiden zu helfen. Nicola wurde in den einen Rollstuhl gesetzt, ihre Freundin in den anderen und dann wurden sie in die Hotellobby gerollt. Die Sicherheitskameras zeigten die beiden Männer, die die Rollstühle schoben, während die Frauen zusammengesunken darin saßen. Das Hotelpersonal hätte eigentlich Fragen stellen müssen, tat es aber nicht. Sie hielten sich zurück und halfen den Männern sogar mit den bewusstlosen Frauen. Richard brachte Nicola auf sein Hotelzimmer, während James ihre Freundin auf sein Zimmer brachte. Man weiß nicht genau, was in diesen Hotelzimmern passierte, aber man weiß, dass es nicht einvernehmlich war und in einem Zimmer sogar fatal endete. Gegen drei Uhr zwanzig wurde eine Lärmbeschwerde eingereicht und der diensthabende Hotelmanager ging zu dem Zimmer, um der Sache nachzugehen. Als niemand reagierte, betrat der Manager das Hotelzimmer und fand Nicola auf dem Boden liegend vor. Ihr Gesicht war blass und ihre Lippen waren blau. Es sah nicht so aus, als würde sie atmen. Der Notdienst wurde gerufen und sowohl Nicola als auch ihre Freundin, die in einem anderen Zimmer gefunden wurde, wurden ins Krankenhaus gebracht. Nicola erlangte das Bewusstsein nie wieder und wurde daher für verstorben erklärt. Nicola war nicht das einzige Unteropfer an diesen Abend. Auch ihre Freundin wurde in das Hotel gebracht und in ein Zimmer mitgenommen, wo sie geschändet wurde. Für die Polizei war es nicht schwer, die Täter zu ermitteln, denn die Hotelzimmer waren auf die Namen des 19-jährigen Richard Hinz und des 23-jährigen James Blackstone registriert, den beiden amerikanischen Männern, mit denen sie an diesem Abend in der Bar gewesen waren. Beide wurden im Hotel verhaftet und zum Verhör auf die Polizeiwache gebracht. Zunächst wurden sie wegen erzwungener Unzucht angeklagt. Es wurde vermutet, dass sowohl Richard als auch James die beiden jungen Frauen unter Substanzen gesetzt und sie dann in ihrem Hotelzimmer gebracht hatten, um sie dort zu schänden. In der Zwischenzeit wurde eine Autopsie von Nicola durchgeführt, um die Umstände ihres Ablebens festzustellen. Die Ergebnisse lagen Mitte Juni vor und waren schockierend. Professor Kenichi Yoshida führte die Autopsie durch und berichtete, dass auf den Hals von Nicola mit etwas Weichen eingewirkt wurde, vielleicht mit einem Handtuch. Der Professor fügte hinzu, dass es mehrere Minuten gedauert hat. Aufgrund dieser neuen Informationen verhaftete die Polizei Richard erneut, diesmal wegen Mordes. Richard Hinz war 19 Jahre alt, als er verhaftet wurde. Er stammte ursprünglich aus Memphis, Tennessee und besuchte Japan im Rahmen seiner Arbeit als christlicher Musiker. In seiner Heimatstadt Memphis war er Musikdirektor seiner örtlichen Kirche. Nachdem er im Jahr zuvor seinen Abschluss an der Highschool in Memphis gemacht hatte, erhielt er die Chance, seinen älteren Bruder und den japanisch-amerikanischen Hip-Hop-Star AI auf dessen Welttournee zu begleiten. Er sollte im Juni nach Memphis zurückkehren, wo er in der christlichen Musikszene bekannt war. Etwa zur gleichen Zeit, als Nicola nach Irland zurückgehen wollte. Jetzt aber würde er Japan nicht mehr so schnell verlassen, denn die Polizei hatte ihn wegen der Tat an Nicola direkt im Visier. Richard bestritt, Nicola absichtlich ums Leben gebracht zu haben. Er behauptete, die beiden seien in sein Hotelzimmer gegangen, wo sie begannen, miteinander intim zu werden. Dann begannen sie, etwas rauer zu werden. Und dabei wirkte er mit seinen Händen auf den Hals ein, aber er behauptete, er habe nicht versucht, ihr irgendetwas anzutun. Wenn sie infolgedessen verstorben sei, sei dies völlig unbeabsichtigt gewesen, so Richards Aussage. Er plädierte auf nicht schuldig. Als der Fall im März 2013 vor Gericht kam, wurden jedoch weitere Einzelheiten über die finsteren Absichten der beiden Männer an jenen Abend mit Nicola und ihrer Freundin bekannt. Die Staatsanwaltschaft behauptete, die beiden hätten Nicola und ihre Freundin in der fraglichen Nacht unter Substanzen gesetzt und beabsichtigt, sie in ihr Hotelzimmer zu bringen und dort zu schänden. In dieser Nacht wurde Nicola mit etwas Weichem wie einem Handtuch ums Leben gebracht. Die Verteidigung argumentierte hingegen, dass Nicola an einer Kombination aus Substanzen und Spirituosen verstarb, die sie selbst eingenommen hatte. Laut Professor Yoshida, der Nikolas Autopsie durchgeführt hat, wies sie Kratzspuren auf, die darauf hindeuten, dass sie versucht hatte, sich zu wehren, als sie ums Leben gebracht wurde. Yoshida sagte auch, dass es keine Anzeichen dafür gebe, dass Substanzen oder irgendwas dergleichen der Grund für ihr Ableben gewesen seien. Nicolas Freundin, die an diesem Abend mit ihr das Konzert besucht hatte und in einem anderen Raum von James geschändet worden sein soll, sagte per Telefon aus. Sie konnte sich an die meisten Ereignisse erinnern, die zu dem Ausflug mit Nicola und den beiden Männern in der Bar führten. Sie erzählte, wie die Männer ihnen anboten, sie zum Hotel zu bringen, was sie ablehnten, weil sie beide einen Freund hatten. Sie erinnerte sich daran, wie die Männer ihnen ein Getränk spendierten und sie nach dessen Verzehr einen ziemlichen Filmriss erlitt. Sie erlangte das Bewusstsein erst wieder, als sie am nächsten Tag im Krankenhauszimmer aufwachte. Sie glaubte, dass ihr Getränk mit irgendetwas versetzt wurde und sie dann von James geschändet wurde. Die Verteidigung stellte Richard Hinz als ehrlichen und anständigen Mann dar, der den beiden jungen Frauen einfach nur helfen wolle, an einen sicheren Ort wie ihr Hotelzimmer zu gelang, damit sie sich erholen konnten. Eine Überwachungsaufnahme von der Taxifahrt von der Bar zum Hotel zeichnete jedoch ein ganz anderes Bild. Richard und James hatten keine Ahnung, dass sie aufgezeichnet wurden, denn das, was darauf zu sehen war, war entsetzlich. Nicola und ihre Freundin waren in dem Taxi zusammengesackt zu sehen. Sie schienen ohne Bewusstsein zu sein. Dann ist Richard zu hören, der sagt, diese … sind uns in den Schoß gefallen. Wir müssen sie auf Trab halten. Wir werden sie …. Diese Aufnahme zeigte die wahren Absichten der beiden. Es ging ihnen nicht darum, sie sicher nach Hause zu bringen. Und es war ihnen auch egal, dass die Frauen nicht in der Lage waren, in irgendetwas einzuwilligen. Sie wollten nur eines. Und es war ihnen egal, wen sie dabei schädigten. Noch schockierender ist, dass James dabei gefilmt wurde, wie er Nikolas Freundin auf den Rücksitz des Taxis schändete, bevor er ihr dasselbe noch mal in seinem Hotelzimmer antat. Das war nicht einmal sein erstes Mal. Er wurde nicht nur wegen der Tat an Nikolas Freundin angeklagt, sondern auch wegen des Übergriffs auf eine andere junge Frau in Japan, etwa einen Monat vor diesem Vorfall. Auf die gleiche Weise kaufte er ihr ein Getränk, das versetzt war, und schändete sie dann, als sie handlungsunfähig wurde. Die nächste Aufnahme, die bei der Verhandlung abgespielt wurde, stammte aus der Hotellobby und zeigte, wie die Männer vom Hotelpersonal Rollstühle bekamen und die Frauen in diese setzten. Man sieht sie in sich zusammengesunken, während sie durch die Lobby und zu den Hotelzimmern gerollt werden. Es ist erschütternd, wenn man bedenkt, wie das Hotelpersonal den Männern half, die Frauen auf ihr Zimmer zu bringen, ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Richard erklärte dieses Video damit, dass es sich nur um ein harmloses Gespräch zwischen zwei Männern gehandelt habe. Er behauptete, er und James hätten vor dem Bahnhof gestanden, als Nikola und ihre Freundin sie ansprachen und sagten, sie wollten feiern. Er stellte Nikola als Partygirl dar, das gerne trinkt, um zu versuchen, ihre Glaubwürdigkeit zu zerstören. Er behauptete, dass Nikola nach dem Aufwachen im Hotelzimmer intim mit ihm werden wollte und verärgert reagierte, als er sich weigerte. Also fasste er ihren Hals an, aber nur für etwa 30 Sekunden. Nikolas Familie war während des Prozesses anwesend und musste alle schrecklichen Details über das, was ihr zugestoßen war, mit anhören. Sie gaben eine Erklärung über die Auswirkungen auf das Opfer ab und baten den Richter um die schwerstmögliche Verurteilung. Doch es gab ein Problem. Richard war 19 Jahre alt, als er die Tat begann. In Japan galt er als minderjährig und es gibt einen großen Unterschied zwischen den Strafen für Minderjährige und für Erwachsene. Inzwischen hat sich das geändert und 19-Jährige gelten jetzt bei Verbrechen als Erwachsene. Richard hatte jedoch großes Glück und dem Richter waren die Hände gebunden. Er wurde zu einer Haftstrafe von fünf bis zehn Jahren verurteilt. Da er nie Reue für seine Taten zeigte, wurde ihm die volle Haftzeit, zehn Jahre, im Fucho-Gefängnis in der Nähe von Tokio auferlegt. Nach Angaben der japanischen Behörden wurde er als Häftling der Kategorie 3 eingestuft, was bedeutet, dass er nur eine mäßige Aussicht auf Wiedereingliederung in die Gesellschaft hat. Die Familie von Nikola versuchte, das Hotel wegen der Rolle, die sie spielten, zu verklagen. Sie behaupteten, das Hotelpersonal habe gegen japanisches Recht verstoßen, indem es sich nicht vergewissert habe, ob Nikola ein registrierter Gast sei und indem es den Männern erlaubt habe, die Frauen in Rollstühlen auf ihr Zimmer zu bringen, während sie nicht bei Bewusstsein waren. Sie hätten beide Frauen vor dem Bewahren können, was in ihrem Hotelzimmer geschah, wenn sie sich die Mühe gemacht hätten, zu fragen, ob es ihnen gut geht oder ob sie einen Ausweis haben. Im November 2022 wurde Richards Hinz nach Verbüßung der vollen zehn Jahre entlassen und zu seiner Familie in Memphis, Tennessee zurückgebracht. Er spielt bereits wieder christliche Musik und geht auf Tournee. Kürzlich veröffentlicht er in den sozialen Medien ein Video von sich selbst beim Klavierspielen und kündigte an, dass er wieder auf Tournee gehen werde. Er war sogar in einer lokalen Radioshow zu Gast, wo er über seine musikalische Zukunft sprach. Und dabei vergaß er völlig zu erwähnen, dass der Grund für seine lange Pause von der Musik darin lag, dass er wegen Schändung und Mord an einer jungen Irin in einem japanischen Gefängnis saß. Sein Komplize James Blackstone, der an jenen Abend des Übergriffs aus Nicoles Freundin und einen Monat zuvor in ähnlicher Weise auf eine andere junge Frau verurteilt wurde, genießt sein Leben als freier Mann in Amerika. Er wurde im Jahr 2013 zu drei Jahren Strafarbeit verurteilt, wurde aber im Jahr 2015 entlassen und kehrte in die USA zurück, wo er weiterhin als professioneller Tänzer arbeitet. Außerdem hat er geheiratet. Für Nikolas Freunde und Familie gibt es keine zweite Chance. Sie werden nie erleben, dass sie endlich ihren Universitätsabschluss macht, heiratet oder Kinder bekommt. Für sie wird sie für immer 21 Jahre alt sein, in der Erinnerung bleiben und mit einer schlimmen Tat in Verbindung gebracht werden. Ihr Zimmer zu Hause in Irland ist noch immer nicht verändert worden.